Das war falsch. Sind wir hier? Jetzt sind wir bei B. Da ist eine Säule. Kann ich die kurz triggern, dass wir die sehen? Ja. Die Säulen kann ich auch einzeichnen. Damit wir bessere Orientierungspunkte haben, mache ich mal einfach wirklich diese beiden Punkte da rein. Gut. Also wieder zu C. Die 7. Wo war die 7? Die 7 war da. Also ich kann es so. Ich kann die 6 nehmen. Dann stehe ich jetzt bei der 7. Also gehe ich gerade aus und komme zur 7. Komme zur C und komme da hin. Und das ist ein X. Okay. Das ist auch ein X. Dann probieren wir die 8 weiter. Bei der 8 fehlen mir noch 2 Kästchen. Muss ich durch die 1. Muss die 4 nehmen. Und da die 8. Das da ist jetzt D. Und bringt mich hier hin. D. Ein Ort, wo ich noch nicht ganz war. Da ist B. Da ist keine Ahnung. Da ist X. Okay. Als nächstes gehen wir wieder durch die 1. Durch die 6. Falsch. Wir können aber jetzt zurückgehen. Wir müssen ja durch die 4. Zur 8. Und ein zurück ist ein X. Okay. Ah. Als nächstes was mich interessieren würde. Und hier kommen wir nochmal zu D. Ach, über die 8. Also 1. 1. Dann in die 4 rein. In die 8 rein. Und jetzt D rein. So. Ja gut. Da kommen wir noch nicht hin. Okay. D. Das ist ein X. Bei D. Das heißt, ich gehe wieder in die 1. Wieder in die 4. Wieder in die 8. Wieder ins D. Und gehe da rein. Und. Wai. Ich bin am Ziel. Also ja. Schreibe ich noch auf. Das ist dann T2. 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 Ja. Ein hübsches Horn. Und ne. Ein Wintersalami. Okay. Ah ja. Und ja. Den Zettel hebe ich mal auf. Für den Fall, dass wir das irgendwann doch noch vervollständigen wollen. ein Horn. Stärke, Ausdauer, parieren. Also was für Talisa. So, dann können wir gleich mal gucken. Das ist das X. Ja. Naja gut. Ich kann noch herausfinden, wo die 3 einen hinführt. Die 3. Für mich auch dasselbe Feld wie die 9. Ja. Okay. Also belassen wir es mal dabei. Jetzt gehen wir zum Boss. So, dafür müssen wir hier hoch. Wir haben alles aufgedeckt. Bis auf hier und hier. Hier haben wir wirklich in die Bosskammer sehen können. So. Hier rum. Und hier lang. Und dann sind wir schon wieder raus aus diesem. Also das ganze Level hauptsächlich. Hier haben wir ja gestartet. Besteht alles hier hauptsächlich aus diesem Teleporter-Labyrinth-Wirrwer. Schon krass. Und ja, da ist die Schlangentür. Die wir dann wohl aufmachen können. Wenn wir den Boss besiegt haben. Ja, Nachtschatten. Das kennen wir alles. Okay. Schattenfluch. Klingt schon mal nicht gerade nett. Zauberstab benutzt sie gerade. Schattenfluch. Was macht Schattenfluch? Ah, das zielschädigen. Okay. Schattenrüstung. Das klingt etwa wie etwas, was man blocken müsste. Zauberstab. Nachtwolke. Okay, da sollen wir... Wenn sie schießt... Nicht im Weg stehen. Hä? Okay. Also nicht an der Wand stehen. Und nicht im Weg stehen. Das heißt, sobald sie anfängt, das zu casten, sollten wir zwei Felder zurückgehen. Ja. Weil der Zauberstab, wenn sie den nutzt, der macht nicht so noch nicht viel Damage. Die Schattenrüstung, die blocken wir lieber. So, schieß mal. Okay. Gut, wir müssen also zwei Felder weit weg stehen. Ich sollte dann auf jeden Fall den nächsten Schattenfluch blocken. Weil das Ding macht wirklich Damage. Ah, du das. Dann das. Wenn ich den nächsten Schattenfluch auch blocken kann. Nein, kann ich nicht. Okay. Ah, jetzt macht das Ding wirklich guten Damage. Dann blocken wir halt die nächste Schattenrüstung wieder. Wenn sie eine machen sollte. Oder wir blocken den Schattenfluch. Ist wahrscheinlich gesünder, als wenn der nochmal komplett durchtickt. Äh, du wieder das. Wenn das gleich abläuft, das und das. Okay, Nachtwolke. Schattenfluch. Kann ich nicht blocken? Kann ich wahrscheinlich auch nicht abwehren, oder? Doch, ich kann den ablenken. Hm, wie genial. Äh, nee, die Blutdruck ist frischer. Dann so rum. Heilung. Ist alles gut. Ja, nur ihre Schattenrüstung. Die kann ich nicht blocken, leider. Schattenrüstung. Reduziert allen Schaden um 50% für 18 Sekunden. Oh. Das ist dann doch recht böse. Aber wir machen zum Glück noch genug Schaden bei ihr. Nee, lieber so rum. Ja, einen Schattenfluch kann ich ab. Zauberstab, der macht nicht wirklich viel Schaden zum Glück. Okay, wieder Nachtwolke. Oh, da habe ich mich zu früh zur Seite geschmissen. Zurück kann ich das einmal gut gegenheilen. Du lass meine Heilerin in Ruhe. Die Reihenfolge sollte es sein. Schattenfluch kann ich ablenken. Gut. Schattenrüstung. Glocken. Schattenfluch ist okay. Oh, Nachtwolke. Gut ausgewichen. Auf die ist gerade gar keine Heilung mehr drauf. Das ist schlecht. Okay, die nächste Rüstung sollte ich durchticken lassen. Oh. Wer sonst kommt mit dem Schattenfluch einfach zu viel Schaden rein. Äh, trinken. Heilung, Heilung. Noch mehr Heilung. Okay, eine Nachtwolke. Zwei Felder zurück. Schießen lassen. Oh, wer hat den Schattenflug gesagt gekriegt? Oder bin ich ausgewichen? Das wäre natürlich schön. Die Reihenfolge, bitte. So, so. Schattenrüstung. Weg. Schattenflug, Glocken. Lieber gerade gar keinen Stack davon haben.